Die ganze Vielfalt des Handwerks wurde jetzt in herausragender Weise wieder im Metall- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Koblenz demonstriert. Denn dort versammelten sich die besten Absolventen aller vier Handwerkskammern des Landes, um in 23 Disziplinen nochmals die Besten unter sich auszusieben. Für die Sieger sprang am Ende nicht nur die Qualifizierung für den Bundeswettbewerb heraus, sondern auch eine hervorragende Berufsperspektive. Es gibt eine Menge Teilnehmer in allen Kategorien, in allen Berufen, die wir hier in unserem Ausbildungszentrum prüfen können. Also auch Kfz-Leute, Anlagenmechaniker, Bauleute. Es gibt es also in allen Berufen. In anderen Kammern werden die anderen Berufe geprüft, also Augenoptiker oder Zimmererleute oder Landmaschinenmechaniker. Also es gibt es in jedem einzelnen Handwerk bis zum Bundessieger. Und man kann eigentlich sagen, sobald ich Bundessieger geworden bin, habe ich schon den nächsten Vertrag in der Tasche. Das ist für die Ausbildungsbetriebe manchmal ein, man könnte fast sagen, ein Bumerang. Gute Leute werden sofort abgeworben. Das passiert sogar uns als Kammer auch. Sobald wir den jungen Mann zum Kammersieger ausgebildet haben, wird er uns abgeworben, kriegt einen Vertrag von Real Madrid. Die Teilnahme an dem Entscheid in Koblenz war für alle freiwillig. Sich mit den Besten zu messen, weckte bei den Prüflingen aber schnell den Ehrgeiz. Dementsprechend hoch waren aber auch die Anforderungen. So was macht man aus Spaß. Das ist wie Leichtathletik, wie Sport. Man will gewinnen und das sind junge Leute, die extrem motiviert sind, die extrem gut sind. Die müssen hier in einem zeitlich engen Fenster hochrangige Arbeiten machen, die sehr diffizil sind und werden am Ende benotet. Das ist ein ganz harter Wettbewerb. Wer das besteht, wer hier Landessieger wird oder wer am Ende dann Bundessieger wird, übrigens dürfen die auch zu den Worldskills. Das sind die Weltmeisterschaften, Olympischen Spiele des Handwerks. Das sind die Spitzenleute absolut. Von Fliesenlegern über Elektriker bis hin zum Büromanagement wurden an jeder Ecke die Kompetenz der jeweiligen Zunft unter Beweis gestellt. Die strengen Kriterien folgen einer zentralen Aufgabenstellung für alle Teilnehmer, die in diesem Jahr ihre Ausbildung beendet haben. Der Leistungswettbewerb setzt hohe Maßstäbe. Hier sind wir bei den Kaufleuten für Büromanagement in der Handwerkskammer Koblenz. Und die machen heute eine Prüfung, die besteht aus zwei Teilen, einmal Word und einmal Excel, jeweils 60 Minuten. Und danach werden die ausgewertet und es werden die besten ermittelt. Also erster Platz, zweiter Platz und dritter Platz. Und auch bei den Fliesenlegern wurde geklotzt, nicht gekleckert. Beide Prüflinge bekamen für ihre Aufgabe acht Stunden Zeit, was sich zunächst einmal viel anhört. Durch die spezielle Schnitttechnik aber nur was für echte Profis. Das ist vom Zentralverband, vom Handwerksverband, ist die Aufgabe erstellt worden. Und die Jungs müssen die halt in der Theorie und Praxis, die müssen halt Vorbereitungen treffen, müssen die in der Praxis heute hier umsetzen. Das heißt, die haben heute eine Aufgabe mit 15-15er, Steingutfliesen, ein Kaliber, verschiedene Farben. Ja, haben die eine Aufgabenstellung laut Plan und haben acht Stunden Zeit dafür. Das heißt, es ist eine sehr komplizierte Schnitttechnik, was die Teilnehmer vorher zuschneiden müssen. Dann wird die Aufgabe an die Wand, im Dünnbettverfahren an die Wand geklebt mit Fliesenkleber. Dann wird die noch verfugt. Schon die Einladung zum Landeswettbewerb ist eine echte Auszeichnung und zeigt die gute Arbeit in den Unternehmen. Und wer es dann noch in den Bundesentscheid geschafft hat, dem stehen alle Türen offen. Und wer es dann noch in den Bundesentscheidenschaften hat, dem stehen alle Türen offen. Und wer es dann noch in den Fragen. Dann werden die